hallo meine lieben hier ist eure marion von marions kreativland ja mir geht soweit wieder ganz gut also für videos passt das schon ich möchte mich ganz 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 herzlich für eure zahlreichen genesungswünsche bedanken entweder in den kommentaren oder per e mail ich habe mich sehr gefreut darüber ganz ganz lieben dank ich war letzte woche ja irgendwann mal schon bei action teddy und haste nicht gesehen und habe ich dann aber auch nicht geschafft das video zu machen wie gesagt weil es mir glaube ich ab freitagnachmittag fing es an dass mir nicht so gut ging ne oder donnerstag auf jeden fall da den abend bevor ich das video machen sollte oder dem morgen ja und wie gesagt es tut mir leid aber ihr hattet ja verständnis und da freue ich mich drüber umso mehr freue ich mich dass ich jetzt euch das video machen kann von dem einkaufsroll den ich gemacht habe und heute abend kommen dann die versprochen die großen blöcke so ich fange mal an mit teddy bei teddy habe ich nur so sind teetassen oder ich möchte gerne als glühweintassen oder punsch tassen für weihnachten nehmen da habe ich einmal diese milchigen mitgenommen ich finde die wände sehr 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 schön dick habe ich auch vom ikea diese durchsichtigen für tee und ich finde die immer richtig super da habe ich mir einmal ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden deshalb habe ich drei von dem mitgenommen und drei durchsichtige mit lebkuchenmännlein muss man mal schauen wie man die nimmt dann gab es noch einmal nikolaus der war mir allerdings ein bisschen zu bunt aber für kinder oder so finde ich den auch fand ich den auch ganz nett so also wie gesagt 33 habe ich genommen das war es dann dann hatte ich vom kick mir hier diese beiden hübschen tannenbäumchen mitgenommen einmal in diesem grünen weil ich ja meine auf dem tisch so ein grünes tablett stehen habe das kennt ihr auch sicherlich daher der mich verfolgt und mir immer schön zuschaut der hat das tablett gesehen hat die kerze gesehen und passt auch ganz genau habe ich jetzt mal geguckt freue ich mich mega und dann natürlich im neutralen weiß schwarz kann ich entweder in der küche oder im esszimmer stellen passt beides da hat jedes teil ach so die tassen kamen zwei euro das stück das kostet 249 das stück fand ich jetzt okay auch sehr relativ schwer dann habe ich mir zwei so bäumchen hier mitgenommen da habe ich gedacht vielleicht kann man die entweder im adventskranz stecken hier irgendwie was ein stäbchen dran kleben stecken wie auch immer da habe ich mir einmal so ein beige oder ich glaube beides beige die kostet das stück ein euro da hatten sie noch genau ich habe zwei von diesen creme farben mitbringungen dann gab es noch rosa also für mich war es rosa es kann aber auch ein ganz ganz helles nicht dass jetzt sehe ist das wirklich ein beige da bin ich froh da ich jetzt bei beige dann ist das andere doch rosa sah auch sehr schön aus passt nur leider bei mir nicht rein die kamen wie gesagt ein stück ein euro und dann habe ich mir endlich diese wannen ablagen gekauft habe ich ja immer mit gehungen dann habe ich zu vergessen dann hatte der kick keine die kosten ja hier beim kick 7 99 und beim ikea 999 ich weiß gar nicht ob das unterschiedliche größe aber mir reichen ja und dann habe ich mir nur einfach noch mal hier so große haken mitgenommen für ein euro das stück so das war kick dann wie gesagt war ich auch beim action da habe ich einmal da fehlt natürlich schon einer und meine aprikosen ecke diesmal ist mir auch aufgefallen dass der über ein euro schon kostet 1 euro 30 ich dachte immer bei 99 aber ich kann mich auch dann habe ich mir zwei solche hübschen teelicht gläser gekauft kann ich richtig richtig schön passt wunderbar in mein esszimmer habe ich einmal das genommen und einmal dieses gab es noch ein anderes muster fand ich auch nicht schlecht aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel wieder kaufen gab es in dieser farbe dann gab es die in so ja war er weiß nicht so creme waren habe ich erst überlegt aber ich habe mich dann für die beiden entschieden und es gab so ein grau top so topfarben war auch schön wenn man es braucht aber ich habe mich jetzt wie gesagt für die beiden entschieden die muss ich mal schauen wie ich die dekoriere passt jetzt auch super schön aufs tablett jetzt hier mit wenn man jetzt nicht so ganz im grün bleiben möchte sieht auch gut aus dann haben sie ich weiß nicht ob die neu sind oder ob die auch im letzten jahr gab es gab es ja immer diese ist daher die eierkost für ostern und jetzt haben wir die für weihnachten dann bäumchen kann ich jetzt schneemann pilz engelchen nikolaus weihnachtsmann doch kann ich recht süß ich bin mal gespannt für was ich entscheide vielleicht sehe ich irgendwo wie es gemacht wird und entscheidet dann ob ich es anmalen ob ich so hinstelle ich weiß jetzt nicht alle habe ich auf jeden fall zwei säckchen mehr von mitgenommen dann habe ich wieder für meine kindchen hier ringsherum für halloween wieder das mache ich ja auch immer ostern halloween habe ich einmal dieses hier mitgenommen da gab es nur diese zwei sorten und die also habe ich dann immer jeweils drei stück von jedem mitgenommen für die kinder und natürlich auch wieder ganz schön auch für die etwas kleineren natürlich nicht ganz kleine aber mehr habe ich noch nicht gekauft und dann habe ich diese platten mitgenommen die flecken haben mir jetzt nicht ganz gut gefallen aber das waren die größten da gab es so eine schmalere aber hier möchte ich tatsache hier eine kleine landschaft von machen ich habe ja auch die runden platten aber die brauche ich für mein dorf und hier wollte ich irgendwie so eine kleine landschaft oder vielleicht auch zum aufhängen und macht also 3d ich weiß es noch nicht und die waren jetzt ex also die größe die kosten das stück und auch jetzt habe ich gar nicht die preise hier von ich glaube die 99 cent und der speck ich meine auch ich glaube die kosten auch nur 99 cent und die auch 89 99 ne 1 euro und schon sorry ich weiß es wirklich nicht mehr dann die kosten auf jeden fall 99 cent und das fand ich extrem günstig deshalb durften zwei stück mit wie gesagt die großen hatten jetzt diese fleckchen aber egal da durften wie gesagt zwei von mit dann habe ich einmal solche buchsen die fand ich richtig richtig schön da gibt es verschiedene modelle zwei stück ja kann man auch selber machen aber ich dachte zwei stücke 75 cent in der größe mit diesem fünf zentimeter boden kann man schon so einiges rein gestern hätte ich einen gebraucht da habe ich nicht da musste ich ein bisschen improvisieren und habe ich hier heute mit gefiel mir am besten deshalb durfte auch nur das eine mit ja dann hatten sie hier neue glitzer steinchen habe ich mir nur die sorte mitgenommen das andere hat mir nicht gefallen da gab es noch herze und rauten glaube ich aber die habe ich gedacht für weihnachten kann man die eventuell gebrauchen ich habe auch so viel steinchen und deshalb kaufe ich mir sowas eigentlich auch ungern ja weihnachten war nicht alles da da fingen sie gerade erst an da habe ich zweimal diese papers krebs jetzt mitgenommen weil mir auch nur die zwei gefallen haben tatsache die fand ich recht schön wegen dieser die fand ich richtig richtig schön hier und bei dem hier genau dasselbe fand ich richtig richtig schön die anderen beiden wie gesagt habe ich nicht mitgenommen ich bin ja am ausmisten und deshalb möchte ich auch nicht mehr so viel kaufen genau so ist es bei diesen die habe ich nur die beiden mitgenommen weil ich noch habe vom letzten jahr und da werde ich definitiv eine serie starten und die werde ich wirklich dieses jahr in angriff nehmen und davon karten basteln ich weiß noch nicht ob ich die modelle so machen werde wie sie hier drauf sind keine ahnung ich muss mal schauen ihr könnt mir ja gerne schreiben ob ich das mit euch machen soll oder ob ich nur die fertigen karten vorstellen soll das würde mich echt interessieren ob wir das zusammen machen oder eben nur ob ihr die nur sehen möchte oder vielleicht gar nicht also da habe ich wie gesagt nur die beiden ich drehe mal rum dann könnt ihr so ein bisschen schauen und hier auch die haben mir auch recht gut gefallen auch nur zwei pfeffer lux paper blöcke gab es gar kein gar kein und stanze war nur eine sorte da ich möchte sowieso von den neuen weihnachtsstanzten tatsache nur zwei stück haben einmal mit dem iglou und ja noch irgendeins sonst kaufe ich mir auch keine ja die sticka die fand ich natürlich richtig richtig schön richtig süß habe ich einmal ich glaube ich habe alle mitgenommen ich sollte jetzt einfach mal ich mach mal queren dann könnte ein bisschen besser gucken mache ich den auch noch mal queren fand das karussell ja hier so süß die kosten 72 cent die blöcke weiß ich jetzt nicht mehr genau aber die kosten ja immer so wie immer den hatte ich zuerst in der hand da habe ich doch auch wie schade gibt es nur eine sorte aber die lagen ganz unten an die anderen und dann gab es noch die hatte ich auf meiner liste aber aber nicht mehr dran gedacht aber die hier sind mir so in in die augen gefallen deshalb habe ich die dann doch noch mal mitgenommen sind dann diese neun paper blöcke da gab es noch zwei andere also einmal so Pastel das hat mir nicht so gut gefallen und das andere war glaube ich irgendwie so bläulich ich habe jetzt nur die mitgenommen weil ich die auch jetzt zu weihnachten recht schön fand elegant kann man immer gebrauchen hier die bellung mit was drauf fand ich jetzt schön ja wie gesagt hier so always be kind so dann dieses home sweet home auch richtig schön kann man gut gebrauchen ich muss nächstes jahr ein neues zuhause also eine karte machen und geschenk für hauseinzug und da kann ich das natürlich auch hier das geht ja auch immer mehr so in rosé gold und das da habe ich wie gesagt die drei meine lieben das war's also das habe ich wie gesagt letzte woche und ich freue mich dass ich euch das jetzt zeigen kann wollte die woche noch mal irgendwann zum action fahren eigentlich heute aber so gut fühle ich mich dann doch noch nicht jetzt um raus zu fahren weil ich hatte ja auch sowieso noch die sachen und ja wie gesagt heute abend nicht vergessen ich werde mal wahrscheinlich wieder so gegen 19 uhr dann die großen blöcke posten hoffe der ein oder andere findet dann wieder was und ja ich würde mich über den daumen hoch freuen ich wünsche euch einen schönen wochen start eure marion von marions kreativ plan tschüss meine lieben